Bestimmt bei kalten Temperaturen, jetzt gerade hat es um die 4 Grad, lässt sich Bohrneustea nicht besonders gut ausbringen, aber bei unserem Thea Plus ist es gar kein Problem. Ich zeige es euch mal, wie einfach es ist, einen neuen Malbaum anzulegen, auch bei kalten Temperaturen. Thea habe ich schon gut geschüttelt, deckele es schon ab und jetzt einfach ohne Probleme direkt an den Baum spritzen. Ganz einfach und nicht mal dreckige Hände, perfekt. Das war's für heute.